hm weil irgendwie ist hier scheiße hallo kleine mieze katze stirb miau ups sah ich nicht ich glaube der mag mich jetzt nicht mehr ich könnte hier gebrauchen oh scheiße du bist tot nein hier ist nichts oh shit hilfe rette mich scheiße ich lauf einfach oh nein du bist tot ich war aber sogar am ziel aber ich sterbe muss schnell zum bedienungsfeld ja nein das sind zu viele scheiße ok nicht auf die minen kommen beziehungsweise durch den laserstrahl hier unten durch ok das war hey ok wir sind also hier ich würde sagen wir gehen hier lang und dann da und hier und dann diese straße und dann machen wir hier so ein bisschen so und hier das und da und so und dann sind wir da guter plan oder ja finde ich bist du tot 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 ok ich glaube der ist tot hier Alex ich hab dir einen freund mitgebracht so und jetzt gib ihm einen kuss ja komm gib ihm einen kuss einen kuss ja dann halt nicht das war ja geil ok äh ok ja wie auch immer ok jetzt ist ruhe hua hua alter wer bist du denn scheiße wer bist du geh weg ach ich finde die irgendwie gruselig ich weiß auch nicht warum funktioniert das mit dem spiel das wäre jetzt mega billig wenn das jetzt geht alter das kann nicht wahr sein ok oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit ok ja das war's mit dem kleinen wuffelmann oh wir werden einen wunderbaren Tag haben ha 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 willst du deine Bilder mit mir nehmen sehr glücklich dass du hier bist ja ok komm rein kann ich den töten nein stirb oh ja das war nervig ach und da ist der andere nee können wir denabi vielleicht mit irgendwas zusammen setzen ups tass up ha ha kenne Alex, ich hab dir was mitgebracht. White Forest, hört ihr mich? Alex, gut. Schaap! Okay. Was? Ja. Das Extrakt. Nein. Ja. Bitte, Freeman. Ja, Dr. Freeman. Richtig. Richtig. Ja. Okay. Gehen wir los. Und finden das Extrakt. Oh. Das extrakt.